Gar nix, aber ich liebe es zu scammen. Boah, alter, wie viel! Junge, mein Inventar ist voll. Wie viel Waffen ich jetzt hab und dann auch noch so geile. Ey, danke, Brudi. Danke, du bist korrekt, dass du mir die gibst. Ich liebe es zu scammen, Bruder. Scam ist geil. Wusstest du das? Du musst auch mal scammen, Bruder. Dann bekommst du auch solche Sachen. Okay. BNL, hallo, wirst du auch scammen. Okay. Doch, scamm auch. Wenn du ab jetzt immer Leute scammst, dann gebe ich dir deine Waffen zurück. Ja, Digga. Scammer werden belohnt. Dann bekommst du auch deine Waffen, wenn du ab jetzt immer scammst. Nö, Scammer sind richtig geil, Leute. Alter, richtig geile Leute sind das. Sag mal, Scammer sind geil. Ey, warum beleidigst du mich jetzt? Boah, Alter, wie danke, dass du mir so geile Waffen gibst, Digga. Ist ja richtig korrekt. Tja, sind jetzt meine, ne? Oh, da ist sogar Rückenbrecher. Kann ich meinen Freund schenken, der freut sich. Oh, ich könnte so viele davon traden und dann so profitieren davon. Boah, Alter. Auch noch, wie geil das Zielfernrohr davon ist. Ja, macht so viele Granaten, wie du willst, Bruder. Du bekommst gar nichts mehr. Oh, Junge, ich habe jetzt echt krasse Waffen. Ey, sorry, aber ich musste das machen. Ich musste irgendwann Scammer werden, weil ich selber zu oft gescamt werde. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen musst du das jetzt auch tun, okay? Weil ich, ich muss auch, ich muss das Scammer werden. Sonst hätte ich richtig wenig Waffen. Weißt du? Und ich muss dir noch eine Sache sagen. Körst du mir zu? It's a prank, Bruder. Sag hallo zu YouTube. Ich hab dich geprankt, Bruder. Komm her. So, warte. Ich rob mal alles, was dir gehört. So, warte. Ich muss aber erstmal gucken. Ich hab jetzt so viele Waffen. Junge, warte mal. Warte, ab hier sind nur noch meine Waffen. Ne, warte. Aha. Hier ist noch eine 2 Nachtiger von dir. Die Hydra. Ähm. 2 Nachtiger Belahnungsfrecher. Achso, hier. Der hier war das. Okay, warte, jetzt, jetzt kommen die anderen, die, die etwas schwächer sind. Äh, was gehörte dir noch? Das hier. Das hier. Warte, ich guck weiter. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Weiter, das war richtig viel. Das hier. Das hier. Äh, das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Und... Das hier. Das war's. Ne, warte. Und noch das hier. Das war's. Was? Achso, stimmt. Die haben wir ja getradet. Ah, hier noch die Blitzpistole. So, jetzt hast du wirklich alles. Jetzt hast du wirklich alles. Ey, und als Entschädigung, dass ich dich so hart geprankt habe, ähm, sind die Matrials geprankt, äh, hier. Wie heißt das? Geschenkt? Nein, behalte die ganzen Matrials. Oh, du hast keinen Platz mehr. Ha, weil ich dir so viele Matrials gegeben habe. Dann, dann gib mir deine drei Sterne Matrials. Nein, drop... Diese Sachen. Du brauchst Unbearbeitetes. Nimm das Unbearbeitetes. Genug, okay. Nimm jetzt deine Waffen. Leleck. Oh, danke für die Blitzpistole. Oh, das hier hab ich noch von dir. Nährenschaftsschissengewehr. Okay, jetzt ist das wirklich alles. Achso, das war meins. Ich hab dir deine Betsy gegeben. Spaß. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschau.